Ganz egal, ob du ein Mädchen bist, das Mädchen liebt, ob du ein Bursch bist, der Burschen liebt, ob du ein Mädchen bist, das gerne in Burschenkleidern herumrennt, ob du nicht weißt, ob du ein Mädchen ein Bursch bist, ob du interqueer, wie auch immer du dich definierst, wenn es in deiner Jugend noch schwierig ist, ich sag dir, es wird auf jeden Fall besser.